Du tust so, als ob das hier echt eng wäre. Ey, der fährt alles um. Ich bin falsch, ne? Ich bin völlig, ich bin verankert jetzt hier. Ich bin nervös 99, wirklich. Also Auto-Totalschaden, aber gewonnen. Wie nervös bist du gerade? Also ich bin schon nervös und ich sitze hier gerade. Nichts verstellen, bitte. Oh, nee. Du tust so, als ob das hier echt eng wäre. Das ist echt schwer. Das fühlt sich jetzt gut an, aber jetzt fließt gleich raus, oder? Ja, weil du hier verstellt hast, sonst wäre es viel schneller gegangen. Ey, was war das? Gänsehaut, oder? Ist nichts umgefallen? Nachfahrt zwischenzeitlich hier Park-Distance-Control ausgestellt. Aber alles stehen geblieben, wunderbar, oder? Chapeau. Hat er gut gemacht. Ey, ich bin falsch, ne? Ich bin völlig, ich bin verankert jetzt hier. Das ist gut, wie du das machst. Nee. Nee. Ey. Wie kommst du da jetzt raus? So geht's nicht. Da fährt ja alles um. Fährt da alles um, oder? Ey, der fährt alles um. Ja, nur eine Pylone. Das ist der Sieg. Zwei. Ne. Na klar. Oh, drei. Scheiße. Drei, super. War souverän, oder? Also Auto-Totalschaden, aber gewonnen. Okay, ja. Glückwunsch. Dankeschön. Super gemacht. Toll. Nenne drei Hauptstädte in Europa. Berlin, Rom, Helsinki. Nenne drei Sehenswürdigkeiten in Köln. Dom, Deutzer Brücke, Rhein-Lergiestadion. Nenne drei Ford-Modelle. Cougar Edge Explorer. Nenne drei aktive oder ehemalige Fußballer, deren Nachname mit Z beginnt. Zidane, C. Roberto, Zentner. Oh ja. Nenne drei Artikel aus dem kölschen Grundgesetz. Boah, hier schön. Kött wird kött. Hätte noch immer Jod gegangen. Ähm. Boah. Warte. Weiter, weiter, weiter. Also bei 70 bleibst du. Warte, warte, warte. 70. Nenne drei Pferderassen. Englisch ist Vollblut, Rheinländer, Oldenburger. Hätte ich auch gewusst. Nenne drei Mannschaften, die der FC in dieser Saison besiegt hat. Boah, da gibt's die Spiele, ne? Bielefeld, Gladbach, Zeret und Dortmund. Ziel? Ja, machen wir hier. Boah. Ich bin nervös. 1299, wirklich. Weil ich genau weiß, dass da nur Scheiße bei rumkommen kann. Und dann stehe ich wieder als Vollidiot da. So, geht los. Nenne drei Länder in Afrika. Äh. Kongo, Südafrika, Marokko. Nenne drei Virologen aus Deutschland. Puh. Weiter. Nenne drei aktive oder ehemalige Fußballer, deren Nachname mit A beginnt. Mit A. Markus Anfang. Äh. Altintop. Und, äh. Ahanfuf. Nenne drei Dinosaurierarten. Ähm. Triceratops, Tyrannosaurus Rex, Brachiosaurus. Nenne drei Fußballplatzbelege. Kunstrasen, äh, Hybrid-Naturrasen. Nenne drei deutsche Fernsehmoderatoren. Steffen Alaschka. Ähm. Günther Jauch, Thomas Gottschalk. Nenne drei Hunderassen. Ähm. Dalmatiner, Schäferhund und Labrador. Nenne drei Kinderserien. Ähm. Pipi Langstrumpf. Ähm. Vicky. Und, ähm, die Sendung mit der Maus. Sehr gut. Ja, das war's. Mal durch. Die Virologen noch. Ähm. Ja. Sieger. Sieger? Sieger. Ja. Er muss schneidlos anerkennen, ja. Also, wie gefühlvoll ich bin mit dem Auto, hat man ja bei der ersten Challenge gesehen. Von daher sehe ich da Timo jetzt doch im Vorteil. Ja, das ist ja ein packendes Rennhebü-Zuschirm auch. Ja, das kann's keinem anbieten. Jetzt weiß ich mal was. Ja, das sieht jetzt aus. Guck mal. Ja, das sieht jetzt aus. Guck mal. Ja, das sieht jetzt aus. Guck mal. Guck mal. Der Becher ist noch komplett voll. Ja, gut. Jetzt fahr mal. Der soll doch auch voll bleiben. Guck mal. Du willst unbedingt gewinnen, ne? Ja. Du kannst jetzt schneller fahren. Nein, ich muss gerade hin. Wie gut war das? Ich würde sagen, das sind 315. 310! Ich fährt einfach genauso langsam. Ey, ey, Horn! Das ist nicht verboten, oder? Nein. Oh, ja! Scheiß jetzt hier. Oh, guck mal. Schnell fahren. Schnell lang. Guck mal. Guck mal. Jetzt müssen wir hier schnell rüber fahren. Guck mal. Guck mal. Das wird ja viel besser. Jetzt bin ich gespannt. Nee, nee, nee. Freue ich mich nicht. Doch, doch. Das ist falsch. Nein, nein. Geh mal auf. So, müsste der Sieg sein. Ja. Oder? Fast, nee. War ich ganz klar für mich, glaube ich, ne? Ja. Gratuliere. Du hast den Negativ-Rekord im Schnellfahren hier gebrochen. Endlich auch mal gewonnen. Ja, Timos Tour hat richtig Spaß gemacht. Sehr destruktiv. Hat so ein bisschen an unser Spiel erinnert. Gegen Leipzig zum Beispiel. Aber führt zum Erfolg. Und darum ging es ja.